Ich habe Fehler gemacht, mein Gegner hat mich in den Armstrich herbegehoben. Hopp, in den Arm, hopp, nochmal. Ich mache den Arm, nach dem angegriffenen Arm lege ich auch bitte den anderen Arm. Einfach hier rein. Der andere Arm geht hier rein. Einfach rein auf seine Unterschränkung. Siehst du mal jetzt? Genau, jetzt habe ich das Schluss. Das Ganze kann ich noch unterstützen mit meinem Knie. Wenn ich jetzt einfach aufstehe, ihn nach vorne bringen und mein Knie hier hinter seinem Buch stecken. Jetzt habe ich hier hopp, 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 hopp. Zug und Zug habe ich mich befreit und sogar habe ich eine gute Knie. Sofort hier auflegen, rein, das zweite Arm auf seinen Oberschränkel auflegen. Ich gehe auf ihn drauf, schiebe und stelle ich mein Bein dahinter, damit er nicht mehr zurückkommen kann. Ich habe ihn gepresst. Ich drücke auf ihn. Und jetzt kann ich locker meinen Ellbogen rausgehen. Hopp, hopp. Wenn mein Ellbogen draußen ist, dann gibt es keine Gefahr von ihm. Dann drehe ich ihn zu leide, hopp. Und die Erne auf ihn drauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.